Ich bin Sophia und bin Beamtenanwärterin bei der Stadt Ingolstadt. Ich bin Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und bearbeite deren Anliegen, wie zum Beispiel Geburtsurkunden, die Vorbereitung von Baugenehmigungen oder die Ausstellung von Personalausweisen. Im Laufe der Ausbildung bin ich für verschiedene Ämter der Stadt Ingolstadt zuständig und habe somit viel Abwechslung in meinem Arbeitsalltag. Neugierig geworden? Alle Infos rund um den Beruf sowie die Bewerbung findest du unter www.ingolstadt.de.